Hey du, was willst du? Was machst du da? Ja, tut mir leid. Tut mir ganz doll leid. Du mit deinem, tut mir leid. Hallo, Polizei. Jemand will mich gerade töten. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber lieber Weg 32, schnell da. Hilfe! Hilfe! Ey, du bist verhofftet. Ich hab ihn. Was willst du von mir? Du kommst jetzt in den Gefängnis! Jodli! Indiator, können auch feine Schüsse. Drei! Verrollen! Chef, was jetzt? Wir werden angegriffen. Das rieche ich. Es ist nicht mehr so aus. Den hab ich's gezeigt. Herr Wein, hast du gut gemacht. Jetzt riech ich... ...nichts. Jetzt riech ich... ...biss. ... ... ... ...